Herzlich Willkommen in Seiten die die Welt nicht braucht, sind wir hier nochmal zusammen, weil ich wieder eine Seite gefunden, die keinen Sinn macht. Ich zeige sofort und ja, das ist die Seiten. Das sind viele kleine Undis, die die ganze Zeit laufen. Ich bitte euch in die Kommentare zu posten, was bedeutet eine Schrift. Wer kann erkennen, was als Hintergrund läuft. O-M-F-G-Docs. Was bedeutet O-M-F-G-Docs? Würde mich wirklich interessieren, was bedeutet diese Abkürzung. O-M-F-G-Docs. Ja, danke, wir sehen uns nächstes Mal. Nee, also wieder, nee, sprachlos. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergiss nie, das Internet ist ein Volluniversum, voller Überraschung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.